Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute sprechen wir natürlich über die aktuelle Promi Big Brother Folge. Spät kamen sie gestern um 22.20 Uhr und ja, auch ich bin ein bisschen müde. Was wirklich hart ist bei dem Format sind die Sendezeiten. Ja, also wer sich das gedacht hat, keine Ahnung. Bei Australien kann man es verstehen im Dschungelcamp, wegen der Zeitverschiebung. Aber bei Promi Big Brother kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen. Vielleicht interessiert sich nicht so jeder für die Sendung. Das kann natürlich sein. Oh mein Gott, wie sehe ich denn so aus? Richtig verpennt. Mit dabei der Katzenreporter, der ist auch am Pennen. Der war natürlich gestern auch richtig lange wach, denn wir hatten gestern einen wirklich krassen Livestream hier auf YouTube. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die mit dabei waren. Hier oben seht ihr ihn nochmal. Ihr könnt ihn natürlich euch auch anschauen. Der ist gespeichert. Es waren einige sehr interessante Themen. Nicht nur Promi Big Brother, nein, auch über alles, was mich betrifft. Diese mediale Bedrohung, von der ich euch erzählt habe. Über die haben wir ein bisschen geredet. Und wir haben natürlich auch über den einen oder anderen Hater gesprochen. War doch sehr, sehr interessant mal einen sehr direkten Blickwinkel zu betrachten. So möchte man das nennen. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr von Promi Big Brother verpassen wollt und drüber hinaus, dann auch ab Dienstag, Mittwoch auch wieder normalen Content zu anderen Themen, haben wir euch herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren, meine Lieben. Ja, und was gar nicht gut war, war die Moderation von Sat.1, wie sie die neueste Folge von Promi Big Brother begonnen haben. Sie hatten einen Einspieler gehabt, wo Peter im Sprechzimmer ein bisschen traurig war, ein bisschen geweint hat. Und Marlene Lufen hat sowas gesagt, wie Peter hat geweint, weil Iris ja auch gesagt hat, dass sie für einen Dreier offen wäre. Und da wurde dann quasi so indirekt gesagt, naja, Peter weint, weil diesen Dreier hätte er dann ja mit Iris Klein und Yvonne Wölke haben können. Was für eine respektlose, ekelhafte Aussage in allen drei Richtungen. Also das war halt wieder so ein richtiger schlechter Witz. Keine Ahnung, wer bei Sat.1 die Witze schreibt, aber ich glaube, der sollte nochmal auf die Clown-Schule gehen, weil lustig war daran gar nichts. Und ich glaube, Tatsache, dass es mehr Zuschauer gab, die diesen Moment dieser Umarmung eigentlich ja schön fanden, weil man endlich mal gesehen hat, dass die Menschen auch wieder aufeinander zugingen, anstatt jetzt so eine dämliche Aussage zu treffen. Aber gut, das ist halt die Qualität der Moderatoren, die bemenge ich ja schon seit Beginn der ersten Stunde. Aber nicht nur Marlene Lufen war gestern im Lästern. Nein, auch Matthias hat gelästert und zwar über Jelis. Hier war immer noch das große Nominierungsthema. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Matthias ein riesengroßes Problem damit hat, wenn man überhaupt daran denkt, ihn zu nominieren. Das war schon eine heftige Auseinandersetzung, die immer mal wieder eingespielt wurde, dass er Jelis auch wirklich geschnitten hat in der Sendung. Man hat das immer wieder gesehen, wie er ihr böse Blicke zugeworfen hat und sie so unsicher war und damit einfach nicht umgehen konnte, hat Matthias für mich aktuell keine Lorbeeren gefangen, weil das ist ja das Spiel. Und wenn ich Matthias nicht nominiere, muss ich halt jemand anderes nominieren. Dass man jemanden nominiert, das ist halt einfach so. Und Matthias ist jetzt auch nicht derjenige, wo ich sage, der verdient keine Nominierung, bei der er ja so viel tut. Nee, macht er nicht. Deswegen kann ich diesen ganzen Konflikt von Matthias überhaupt gar nicht verstehen. Und ich weiß nicht, ob seine Taktik es ist, mit Angst sich vor der Nominierung zu schützen, indem man einfach so viel Stress erzeugt, dass sich die Zuschauer bzw. natürlich die Teilnehmer nicht trauen, einen zu nominieren. Kommen wir aber später noch zu. Denn die Taktik scheint zu funktionieren, meine Lieben. Ja, ansonsten gibt es in der Folge gestern immer wieder Rückblicke, immer wieder zu Szenen, wo zum Beispiel auch Iris mit dabei ist. Das heißt, diese Folge war zwar aktuell, beinhaltet aber auch immer wieder Rückblicke zu Szenen von vorgestern. Zeigt mir einfach, dass Promi Big Brother nicht für genug Content sorgt, um eine Sendung zu füllen. Sonst würde man nicht immer wieder diese Rückblenden haben. So nehme ich jetzt hier auch eine Rückblende mit Iris und Matthias. Die vermuten nämlich hier ein Pakt zwischen Jelis, Peter und Dominik schon gleich vor der Show. Bedeutet, dass die sich darüber unterhalten haben, Iris schwer führend bei der Diskussion und haben so ein bisschen Peter, Jelis und Dominik unterstellt, dass die sich vorab schon abgesprochen haben, immer zu dritt die gleichen Leute zu nominieren, weil deren Stimme denn mehr Aussagekraft haben. Das muss man nochmal betonen. Sie haben gesagt, vor der Sendung. Das heißt, in der Sendung würden wir Zuschauer es ja insofern mitkriegen, entweder durch die Live-Schalte oder halt durch die Zusammenfassungen. Davon war nicht zu sehen. Jetzt wissen wir aber auch, die ersten zwei, die bekannt wurden, sind Jelis und Peter gewesen. Das stimmt, das waren die ersten, die bekannt wurden. Und Dominik Stuckmann folgte dann relativ schnell. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Absprachen gesehen haben, zumal ja auch Peter und Dominik selbst noch nominiert hat. Kommen wir aber noch zu. Also an diese Absprachen glaube ich nicht. Und bin da immer sehr, sehr vorsichtig mit diesen Verschwörungstheorien. Habe auch nicht so richtig verstanden, was Iris Matthias bewegt hat, an sowas zu glauben. Ansonsten gab es noch eine andere echt fiese Szene und da ist Matthias auch wieder nicht gut bei weggekommen. Und zwar ging es darum, die haben so eine Art Spiel gespielt im Container und da sollte man, ich glaube, einige Aufgaben lösen, die halt ein bisschen Köpfchen benötigen. Und da hat halt Matthias bewusst die Lara nicht genommen, weil er eigentlich das Spiel gewinnen wollte. Es ging da immer noch um den Koffer. Ja, also etwas, was wir auch schon gestern gesehen haben, um quasi drei Gepäck oder drei Dinge aus dem Koffer zu bekommen. Und der hat hier halt gesagt, ne, er will, glaube ich, lieber Paulina nehmen, anstatt die Lara, weil er sie mehr im Köpfchen hat. Eine Aussage, die vielleicht stimmt, vielleicht stimmt sie nicht, die aber die Lara fürchterlich verletzt hat. Wir haben sie wirklich sehr, sehr betroffen gesehen. Wir haben sie sehr zurückgezogen gesehen. Und Matthias hat, als er damit konfrontiert wurde, gesagt, jo, ist halt so. Ich möchte halt das Spiel gewinnen. Ich bin da sehr egoistisch und finde das nicht schlimm, wenn man denn dann so handelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man Promi Big Brother gewinnen will, sollte man nicht so egoistisch an die ganze Sache rangehen, sondern sich auch ein bisschen von einer Teamplayer-Seite zeigen. Und das hat er in diesem Fall auch komplett verloren. Dann gab es wieder einen Rückblick, auch zu vorgestern, meine ich, weil Iris da auch mit Teil war. Da ging es so ein bisschen nochmal um die Lara, die sich sehr, sehr über, ja, eigentlich alle im Container geärgert hat, weil die alle irgendwie so Grüppchen bin und immer am Lästern sind. Sie hat hier Iris, Marco eine Ansage gemacht. Irgendwie ging hier aber auch was an Dominik, an Matthias. Also sie scheint da wirklich relativ, ja, sauer gewesen, sondern das immer mal wieder. Wir haben da auch immer, also gestern war ganz fürchterlich zusammengeschnitten. Es war für mich als Zuschauer sehr oft sehr schwierig, den Fahnen zu behalten. In welcher Situation sind wir denn jetzt gerade? Ansonsten war es auch nochmal heftig und das war ja auch zu Beginn, was ich gesagt habe. Matthias ist wieder gegen Jyllis vorgegangen. Er hat sowas gesagt, wie man sieht sich immer zweimal im Leben. und er hat dabei sie wohl angeschaut. Als sie ihn darauf angesprochen hat, hat er gesagt, nö, ich meinte dich ja gar nicht. Also Kindergarten hoch 10 und Matthias verliert für mich gerade aktuell alle Sympathiepunkte, die er in den letzten Tagen gesammelt hat, weil er so ein, ja, so ein fürchterliches Verhalten an den Tag legt, um die Leute dort unter Druck zu setzen. Und das hat ihm leider sehr weit jetzt schon gebracht, darüber reden wir gleich noch. Aber er hat von meiner Sicht dann doch immer mehr an Imagepunkte verloren. Dann ging es weiter. Es gab dann nochmal einen Rückblick vom Auszug von Iris, wo es Peter auch nicht so gut ging, wo Peter auch, ich meine, er hat auch ein paar Tränen verloren. Auf jeden Fall, also ob er geweint hat, konnte ich gar nicht so sehen, aber es hat ihm alles so sehr belastet und wir haben halt gesehen, dass Dominik hier auch in der Trösterrolle war. Man hat gesehen, dass es Peter alles sehr, sehr nah ging und im Sprechzimmer, habe ich mir auch aufgeschrieben, gab es auch nochmal einen schönen Moment, da hat dann Peter dann wirklich nochmal, ja, erzählt, dass es ihm nicht so gut jetzt geht damit und er hofft, dass die Schlammschlacht bald vorbei ist. Und da hatte ich auch zum allerersten Mal wirklich das Gefühl, dass es Peter wirklich alles ganz schön nahe geht und war ein schöner Moment, Peter so gefühlvoll zu sehen. Das sind so die Momente, die wir halt einfach sehen müssen als Zuschauer, wenn man halt schon im Container sehr ruhig ist und nicht so viel sagt, dann brauchen wir wenigstens solche Szenen, dass man, ja, dass man Gefühle zeigt und Herz zeigt. Und das hat er mir gezeigt in dieser Situation. Es gibt aber auch Stress zwischen Paulina und Dilara aktuell und das ist immer noch diese leidige Nominierungsfrage. Da geht es dann wirklich nochmal darum, weil auch Dilara sich eingemischt hat, als Yilis nominiert hat und ja, sie hat halt nicht verstanden, warum Yilis Dilara schützt vor dem Exit und nicht Paulina. Und ja, das ist halt genau das Problem, was ich halt auch mit ihr habe. Ja, auf der einen Seite könnte sie oder ist sie weit gekommen, aber auf der anderen Seite hat die halt manchmal so ein komisches Denken, was ich nicht verstehe. Und dieses Denken hat ihr letztendlich zum vierten Mal zur Container-Chefin beholfen. Auch das haben wir gesehen. Und da trifft sie sehr schwerwiegende Entscheidungen. Das werden wir auch uns noch anschauen. Jetzt erstmal noch ganz kurz zu Matthias. Der wurde nämlich zum allerersten Mal einkaufen geschickt. Da habe ich mich gefreut, er hat Frischkäse gekauft. Ja, endlich war jemand, der an Frischkäse denkt. Das wäre so etwas, was ich sofort kaufen würde. Und hat das relativ gut gemacht. Und dann war schon das große Spiel. Und da mussten sie so Dinge ordnen. Und da ist dann Paulina und Peter angetreten, Spiel nicht gewonnen. Und damit war der Einkauf per se das Übliche. Also wirklich nichts, wo man jetzt ein großes Thema draus machen soll. Und damit habe ich euch jetzt wirklich eigentlich die ersten 60 Minuten der Show komplett zusammengefasst. Es ist nicht viel passiert. Von diesen 60 Minuten waren 40 Minuten Rückblenden. Wo man immer wieder auch mal Iris gesehen hat. Und damit wusste man, das sind keine aktuellen 10. Und dann ging es halt in diese Nominierungsphase. Und die war halt extrem ausgel... Also wie soll man das sagen? Extrem aufbereitet. Es war alles mega lang. Alles live. Aber es ist halt immer wieder dasselbe Thema. Und letztendlich mussten alle, alle nominieren außer Yilis, weil sie geschützt war. Ja, wir können ja mal durchgehend schon mal mit Peter. Peter war als erstes drin. Der hat Dominik nominiert. Mit der Begründung, dass Dominik oft ein bisschen ziellos umherläuft. Und sehr hohe Sehnsucht nach seiner Freundin hat. Und die zweite Stimme von Peter ging an Paulina. Sie nimmt sich zu sehr aus den Gruppen raus. Das waren so seine Begründungen. Ja, muss man erst mal so akzeptieren. Die Lara war dann als nächstes drin. Sie hat dann auch Dominik genommen mit der Begründung, sie traut ihm nicht, weil sie so den Eindruck hat, dass er immer so bei so einer Gruppe ist, die mehr zu sagen hat. Und sie machte dann auch Marco, die zweite Stimme, grundlos. Konnte sie gar nicht sagen, warum. Aber es hätte jeden treffen können. So hat sie das ein bisschen erklärt. Dann kam Dominik. Dominik hat Matthias nominiert, weil er zu verschieden sind. Und die Lara, weil er kein Draht mit ihr hat, so hat er es begründet. Ja, das kann man so bestätigen. Dominik und Matthias werden keine besten Freunde werden. Paulina hat Dominik gewählt, weil sie mag einige Kleinigkeiten an ihm nicht. Immer da, wo er einen Vorteil hat. Also auch dieses Bild entstand bei Paulina, dass Dominik wirklich immer so auf der Sonnenseite des Containers unterwegs ist. da, wo gerade so der Machtfokus der Gruppe ist. So sagt es Paulina. Und die zweite Stimme hat Peter bekommen, weil ich mit Peter nicht im Finale stehen will. Auch eine komische Aussage, wie ich fand, sie hat halt so erklärt, dass sie verschiedene Finalisten neben sich in der Live-Show sehen möchte. Und das ist halt nicht Peter. Und da dachte ich mir halt, oha, schon krass, dass man jetzt davon ausgeht, dass man in die Finalschau kommen könnte. Also da wäre halt ein bisschen Demut wieder angebracht gewesen. Aber über Paulina reden wir nachher nochmal. Dann kam Marco. Marco hat Dominik nominiert, weil er ihm nicht so traut. Und da war ich wirklich überrascht, weil wir wissen ja, dass zwischen Marco und Dominik gleich zu Beginn ja schon so ein bisschen, ja, ich wollte mal schon sagen, so eine kleine, ach nein, eine kleine Schwärmerei war. Marco fand ja Dominik wirklich ganz toll zu Beginn. Und die haben sich sehr gut verstanden. Und jetzt traut er ihm nicht so. Geht wohl um ein paar Aussagen zu Beginn des Containers, die Dominik angeblich wohl getroffen hat. Ich kann die Aussagen aber gar nicht mehr so wiedergeben. Und der zweite Grund war Peter. Und da konnte er ja auch keinen Grund nennen. Und da sieht man halt, dass Marco sich aktuell schon ganz schön beeinflussen lässt von den anderen Bewohnern. Und er da wirklich mit den anderen Hähnen kräht. Ist so mein Blick. So, dass Marco diesen Vorteil verloren hat, sich ein eigenes Bild zu bilden. und eigentlich mit der Gruppe sich die Meinung bildet. Und das passt auch aktuell, wenn wir uns Marco mal genauer anschauen, anhand wie er sich im Container präsentiert. Er ist einfach durch. Ja, das sieht man. Er ist fertig. Und ich habe so das Gefühl, dass er sich jetzt einfach nur noch vom Strom leiten lässt. Und hat halt hier deswegen Peter nominiert. Und warum wundert mich das so? Weil Marco mit Peter eigentlich auch einen guten Draht hatte. Genauso wie halt mit Dominik. Mit Dominik wundert es mich noch mehr als mit Peter. Das muss ich dazu sagen. Mit Dominik wundert es mich halt wirklich viel, viel mehr. Dann kam Jilis. Jilis hat Matthias nominiert aufgrund des Streits. Und er lässt er rein im Haus. Das war relativ einfach. Und Marco, weil er mich auch wählen würde. So hat sie es erklärt. Also auch hier immer noch Spannung. Und zu guter Letzt kam Matthias rein. Und er war der Einzige, der von vornherein von Promi Big Brother gesagt bekommen hat, dass er zwei Stimmen hat. Fand ich ein bisschen komisch, dass alle anderen es nicht wussten. Die haben dann immer erst nach der ersten Stimme erfahren, dass sie noch eine zweite Stimme haben. Und bei Matthias wurde er gleich mit zwei Stimmen begrüßt. Und das war insofern ein kleiner Vorteil, dass er da vielleicht nochmal kurz taktischer denken konnte. Jedenfalls nominierte er Dominik, weil er sich immer in alles einmischt. So hat es Matthias erklärt. Und er nominierte Peter, weil zwei Aussagen ihm nicht so gefallen haben. So sagte er das. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass es auch sehr interessant war. Eigentlich Matthias mit Peter ja auch relativ dicke war. Und da hat auch die Moderation, Marlene Lufen auch gesagt, die Moderatorin, dass es schon sehr interessant ist, jetzt wo er sich mit Iris zum Schluss wieder besser verstanden hat, dann ging Peter zu schießen. So hat es Marlene Lufen gesagt. Auch ich habe mich darüber gewundert. Damit war es relativ klar. Peter und Dominik waren nominiert. Peter mit drei Stimmen und Dominik mit fünf Stimmen. Und letztendlich mussten dann die Zuschauer abstimmen. Und die Entscheidung kam dann auch wenige Minuten später, dass Tatsache Dominik Stuckmann das Haus verlassen musste. Und wir werden uns heute um elf natürlich ausführlich mit Dominik Stuckmann beschäftigen. Und das war schon wirklich, ja, es war im Verhältnis zu Peter war es dann schon klar, dass es Dominik trifft. Aber trotzdem, man hätte auch hier ein anderes Ergebnis vermuten können. Dominik flog raus. Peter blieb drin. Und dann ging es halt weiter, dass Paulina eine schwere Entscheidung treffen musste als Teamchefin. Denn sie musste, hier haben wir das auch von Join eingefangen, entscheiden, wer kommt ins Finale. Also sie sollte jetzt eine Person schützen. Eine Person schützen, die dann quasi für die Show heute geschützt ist vor der Nominierung und dann ins Finale einzieht. Und da hat sie sich aus meiner Sicht wirklich sehr merkwürdig entschieden. Erst einmal, was ich sehr gut finde, sie hat gesagt, nö, ich selber nehme mich nicht. Ich möchte selber es schaffen, ins Finale zu kommen. Und das sollen die Zuschauer bei mir entscheiden. Also ich nehme mich nicht selbst. Das war sehr sympathisch. Ja, das war wirklich sehr sympathisch, muss ich euch ehrlich sagen. Aber sie hat Matthias die Geschützscherpe gegeben. Und gerade bei Matthias hätte ich es nicht vermutet, weil ich finde, dass Matthias es nicht verdient hat. Diese Gruppendynamik, und das muss man jetzt dazu sagen, erst in den letzten Tagen, besonders gestern, haben sich Paulina und Matthias so ein bisschen angenähert, aber auch nur, weil beide miteinander sehr gut lästern konnten. Das ist das, was die beiden verbunden hat, nämlich gemeinschaftliches Lästern. Und denn dann zu sagen, ich gebe Matthias die Scherpe, weil er es verdient hat, im Finale zu sein, ist eine Entscheidung, wie ich finde, die nicht unbedingt, nicht unbedingt so gut war. Natürlich, Matthias hätte jetzt sehr schlechte Karten gehabt für die Show heute, das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, sie wird damit indirekt auch jemand anderes geschadet haben, weil irgendjemand anderes wird jetzt rausfliegen. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Zuschauer unter den aktuellen Bedingungen, ja, ich habe vor zwei Tagen noch anders gesprochen, das weiß ich, aber in meiner Berichterstattung versuche ich ja auch dynamisch zu sein und mich zu verändern in dem, was ich euch erzähle, weil wir einfach neue Faktoren haben, die wir beeinflussen. Und in diesen neuen Faktoren hat Matthias aus meiner Sicht ganz, ganz viel wieder kaputt gemacht, was er sich aufgebaut hat. Und deswegen hier ihn zu schützen für die bis zu der Live-Show empfinde ich persönlich als nicht korrekt. Hätte ich anderen mir eher gewünscht. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie es heute weitergeht. Wer heute raus muss, ihr werdet es natürlich morgen früh um 8 Uhr bei mir erfahren. Heute aber im Tag erst mal um 11 Uhr Dominik Stuckmann im Check und dann natürlich um 14 Uhr auch nochmal ein weiteres Video. Es lohnt sich. Und natürlich nochmal eine kurze Eigenwerbung. Wer meinen Livestream verpasst hat, schaut gerne rein. Der ist gespeichert. War wirklich sehr, sehr spannend, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Oder ist heute der erste Advent? Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, meine Lieben, es ist heute wirklich der erste Advent. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns nachher wiedersehen. Macht es gut, meine Lieben. Tschüss.